Hallo, ich bin ein Mac. Und ich ein PC. Was liest denn du da? Ach, nur das Wall Street Journal. Nein, 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 gibt das ja PC. Oh, ein Artikel über dich. Nein, nein, nicht lesen, bitte. Der ist ja von Walt Mossberg, einem der bedeutendsten IT-Experten auf dem Planeten. Anscheinend sind Macs die besseren PCs auf dem Markt in jeder Preisklasse. Wie interessant. Ist ja bloß eine Meinung. Ich wurde neulich auch getestet und ziemlich gut. Oh, die Satellierer. Die sagten sogar, dass ich großartig wäre. Wir sind auf Augenhöhe. Ja, klar. Wo war das drin? In diesem wöchentlichen Computer-Magazin. Journal-Dings. Was ist heute derатели др替ler und damit anfangs diese messy stocks nach in ihr. Ich weiß schon einen kleinen Ball für mich.